Nach Kiriko ist erstmal Schluss mit neuen DPS-Helden in Overwatch für etwas längere Zeit. Ich habe dazu später im Video alle Infos für euch. Vorweg wollen wir aber erstmal durcharbeiten, welche Infos Game Director Aaron Keller in einem Interview noch bekannt gegeben hat. Ja, so beginnt ja gerade die große Mediatur für Blizzard rund um Overwatch 2. Ich meine, das Spiel erscheint in relativ kurzer Zeit schon. Und dabei sprach Aaron Keller unter anderem über die Tatsache, wie weit die Entwicklung der neuen Season schon vorangeschritten ist. Ja, da machen wir uns nichts vor. Aktuell haben Leute natürlich zu Recht ein bisschen Angst, dass wir, weiß ich nicht, für ein halbes Jahr vielleicht neuen Content kriegen. Und trotz der Versprechung, dass alle neun Wochen neuer Content erscheinen soll, haben die Leute natürlich einfach Angst, dass dann wieder Ebbe ist. Glücklicherweise kann uns Aaron Keller da ein bisschen beruhigen. So gab er nämlich jetzt in einem Interview mit Eurogamer bekannt, dass aktuell schon Playtests intern laufen für den Helden, der in Season 8 veröffentlicht wird. Ich wiederhole nochmal, Season 8. Das heißt, da wir alle zwei Monate neue Seasons bekommen, reden wir hier also über den Helden, der in mehr als einem Jahr erscheint. Und nicht nur das, man testet aktuell sogar schon neue Maps, die mit Season 13 erscheinen sollen. Das heißt, das ist dann wirklich Content, der nicht mehr 2023 erscheint, sondern 2024. Das heißt, wer bisher wirklich Angst hatte, dass Blizzard nicht lange neuen Content veröffentlicht, ich glaube, den kann man wirklich hier beruhigen. Blizzard hat scheinbar nicht nur die letzten Monate und vielleicht auch das letzte Jahr auf der faulen Haut gelegen, sondern wirklich neuen Content produziert, getestet und für den richtigen Moment parat gelegt. Damit man uns nun mit dem Release von Overwatch regelmäßig, also quasi alle zwei Monate, neue Content-Updates bringen kann. Und ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, aber das ist das, was ich immer wollte. Ich wollte, dass Overwatch regelmäßig geupdatet wird. Und ich finde es ziemlich cool, um ehrlich zu sein, dass man intern jetzt schon so weit vorangerückt ist in der Entwicklung, dass man sagen kann, hey, wir haben Content für im Grunde genommen anderthalb Jahre. Das ist wild, wirklich. Und klar, ich bin mir ziemlich sicher, Leute werden nun in die Kommentare gehen und werden sagen, ja, aber warum kommen denn dann nur drei neue Helden, warum gibt's nicht mehr zum Release? Und die Antwort darauf ist relativ simpel. Blizzard will natürlich langfristig Overwatch zurück in den Hype und auch ins Spotlight bringen. Und das heißt nun mal, dass man auch langfristig Content veröffentlichen möchte. Auch das erklärt Aaron im Interview, indem er nämlich sagte, es sei wichtig, regelmäßig neuen Content rauszubringen. Man hätte das Feedback der Spieler gehört und dass das genau die Sachen waren, die Leute haben wollen. Leute wollten nicht nur einmal im Jahr was haben oder gar nichts mehr, sondern alle neun Wochen fühlte sich für das Team einfach richtig an. Und es fühlte sich so an, als wären es wertige und große Updates und genau das, was die Spieler ja letztendlich gefordert haben im letzten Jahr. Natürlich kommt diese Einsicht, machen wir uns nicht zweimal relativ spät, denn diese Einsicht hätte Blizzard natürlich auch schon vorher haben können. Aber genauso, auch da erklärt man im Interview ein bisschen, dass der Battle Pass natürlich einfach ein einfaches Weg ist, diese langfristige Entwicklung zu gewährleisten. Wie gesagt, nicht jeder ist Fan von dem Battle Pass. Ich werde auch nochmal so ein bisschen auf euer Feedback unter dem letzten Video eingehen, wo viele Leute ja sich sowohl positiv wie auch negativ zum Battle Pass geäußert haben. Ich glaube, das ist immer eine Sache, die spaltet die Spieler. Viele Leute wollen vielleicht eher einmal eine Gebühr bezahlen und sind dann fertig damit. Aber ja, gleichzeitig, wenn du, wie gesagt, wenn du vor sechs Jahren für Overwatch, weiß ich nicht, 60 Euro bezahlt hast, ist es halt schwer zu rechtfertigen, sechs oder sieben Jahre lang neuen Content anzubieten. Also ich glaube, wie Aaron Keller das hier im Interview erklärt, und ihr könnt euch das Ganze wirklich nochmal durchlesen, ich habe es auch gerne verlinkt, kann man sich, könnt ihr euch gerne durchlesen, tut das gerne. Ich glaube, es wirkt im Moment wie ein ganz gutes Konzept, und wenn es dafür sorgt, dass wir langfristig neuen Content haben, ist es vermutlich eine Win-Win-Situation für uns alle. Für Blizzard, die unter anderem mehr Geld machen mit sowas wie einem Battle Pass, und für uns als Spieler, die regelmäßig Content bekommen. Ja, das bringt uns jetzt aber zu dem eingangs erwähnten Thema schon rund um den nächsten DPS-Helden. Ich habe ja schon anfangs gesagt, es ist erstmal Schluss mit DPS-Helden, und der Grund ist relativ einfach, es gibt einfach zu viele davon. Ganz ehrlich, wir haben so ein Ungleichgewicht in der Heldengalerie, das ist einfach nicht mehr feierlich. Daher erklärte Aaron Keller, dass es nun erstmal das Ziel ist, die Lücke zwischen DPS und den anderen Klassen zu schließen. Keine große Überraschung, ist auch was viele Leute gefordert haben, das heißt, wir werden zumindest, ist das der aktuelle Stand, den Aaron Keller so ein bisschen vertritt, folglich in Jahr 1 vermutlich keine neuen DPS-Helden sehen, sondern wir werden primär Tanks und Supporter sehen. Und der Fokus wird erstmal von den DPS etwas wegschiften. Das heißt natürlich nicht, dass Blizzard im Hintergrund nicht an neuen DPS arbeitet. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwie in weit entfernter Zukunft, sagen wir mal, vielleicht Ende nächsten Jahres oder übernächstes Jahr, wieder DPS-Helden rausbringt. Aber was uns in Season 1, beziehungsweise in Jahr 1 von Overwatch 2 erwartet, das werden primär Supporter und Tanks sein. Ich meine, wir wissen jetzt schon, naja, theoretisch, wir kriegen ja mit Kiriko einen neuen DPS, der daherkommt, und Sojourn. Das heißt, wir kriegen sogar zwei DPS zum Start von Overwatch 2. Aber in Season 2 wird uns ja zum Beispiel ein neuer Tank erwarten. In Season 4 wird dann der nächste Held auf uns warten. Das könnte dann wieder ein Supporter sein. Danach vielleicht wieder ein Tank. Weil es wird ja nicht jedes Season einen neuen Helden geben, sondern das Ganze wird ja ein bisschen durchswitchen. Every other season, haben sie gesagt. Also jede zweite Season kriegen wir einen neuen Helden. Und das geht fast ein bisschen zurück zu dem ursprünglichen Konzept, was Blizzard mal mit Overwatch 1 verfolgt hat. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber ursprünglich war es damals so, dass wir alle drei Monate einen neuen Helden bekommen haben. Ja, letztendlich, ich denke, es ist okay, wenn jede zweite Season dann wirklich ein neuer Held dazukommt, umso besser. Und wenn der Fokus erstmal wirklich auf DPS und Supportern liegt, bin ich da sehr happy drüber. Denn DPS haben wir viele und vielleicht für Blizzard auch ein Weg, die DPS mal richtig zu balancen. Ich weiß, das ist ein lange gehegter Traum, den Blizzard nie erfüllt. Aber ja, wir können zumindest drauf hoffen. Ja, das waren die wichtigsten Infos aus dem Interview mit Aaron Keller. Ich habe euch das Ganze verlinkt. Lest euch das Ganze gerne mal durch. Dann habt ihr selber auch alle Infos an der Hand. Und ja, ich finde es sehr cool, wie weit Blizzard im Voraus plant. Das ist wichtig. Und ja, das gibt einem auch vielleicht so ein bisschen Zuversicht. Wenn man sich jetzt auch wirklich dran hält und die Sachen wirklich so veröffentlicht, ich glaube, dann kann Overwatch 2 wirklich wieder groß werden.